Ich öffne ein Phoenix-Kit. Hier ist eine Spritze. Replikator wird geliefert. Augen nach oben. Replikator im Anflug. Und los, zeig einfach schneller. Ziehen wir uns diesen Bereich. Nur noch ein Sobord übrig. Das wird nicht lustig. Ring schließt sich in einer Minute. Wir brauchen was. Kontakt! Bei meiner Markierung! Die große Entschleierung. 45 Sekunden, bis der Ring sich schließt. Mangaka-Pasin. 3-0! Ring ist in der Nähe! Feind da drüben! 10 Sekunden, Ring ist direkt voraus! Wenn wir uns nicht beeilen kriegen... Kör-Paket wird ausgeliefert. Kör-Paket ist unterwegs. Was unsere Strategie angeht, wieso gehen wir nicht darüber? Gehen wir hierher! Tango besichtet! Der Schleier fällt! Keine Herzschläge, meine Lieblinge! Ich bin eine Stufe aufgestiegen. Dieses Upgrade habe ich mir verdient. Upgrade ist geladen und entsichert. Ich bin eine Stufe aufgestiegen. Ich bin eine Stufe aufgestiegen. Ich bin eine Stufe aufgestiegen. Ich bin eine Stufe aufgestiegen.